Mag mir irgendwer meine ganzen Rechte wiedergeben? Wie deine ganzen Rechte wiedergeben, du? Ja, weil ich wieder angestimmt bin auf dem anderen Hof, weil ich... Ich mag's wieder gleich gar nicht mehr. Echt, der stellt sich da, der Buhr, der Buhr! Ja, weil die scheiße Blumen-Hexler-Maschine da schon wieder feiget, wie ich weiß nicht was. Dann stinkt man. Kaufst ein Glump, hast ein Glump, weißt? Jetzt geht's denn. Ey! Wo siehst du denn? Ich halt das nicht aus. Schau hier! Schau hier jetzt, schau hier! Was ist denn mit dem? Hallo! Ich kann nicht mehr. Lass mich los! Du Affelst! Ja, stell mal da die alte Dome Auer da. Die hat da nichts alleine da drin. Das ist eh wie der... Also dem rennt's wahrscheinlich wird's deswegen nicht gehen. Ich hab nicht häxeln können, aber beim Regen auch. Häxeln kannst du beim Regen, ja. Ja, schau hier mal. Jetzt steig auf der Reifischler und krieg mal nur ein H. Ja, H, das bringt mir ja nichts. Das ist ja idiotisch, der Standorthelfer, weil der fordert ja nicht das, was ich möchte. Das ist ja nicht. Ja, aber da... Das ist ja nicht. Hat der... Hat der... Hat der GBS drin? Nein, aber der blau ist drin. Das hat der Heizler. Hä? Ja. Ja. Ist das eingeschalten? Ich bin... Ich bin... Herr Bichler. Warte mal. Das ist GPS eingeschalten. Weiß ich nicht. Ja, ist blau rechts oder nicht? Ja, warte doch mal. Auf was denn? Du brauchst bloß einsteigen. Ja, ich finde ihn nicht mehr. Danke. Alter. Ich hab jetzt... Ich hab jetzt halt's da so rein. Das ist schon bitter. Nein, dann schütze mal. Ja, dann schütze mal eine Base. Sagt der, der durchträut. Da ist irgendwo was blau. Ja. Dann musst du jetzt halt deine Abfahrer mit Auto-WiFi-Steller und selber Heizler. Ja, interessiert mich gar nicht. Ich kaufe mir selber einen Häizler. Irgendwann. Lass ihn einfach. Lass ihn einfach. Lass ihn einfach. Weil... Jetzt krieg ich einen Flipper. Ja. Schau, wenn sie so einen Scheiß-Trick kaufen, oder? Mit so einem Blumen-Dings da. Weil wir müssen euch die Scheiße wieder eingreifen. So ein Schmappichle. Ja, der hinten nicht geht. Ja, funktioniert. Bloß weil er so lackiert ist, mein's geht er nicht, oder was? Du Depp. Genau. Bloß... Jeder andere kommt zurecht mit dem Ding. Bloß du nicht. Es funktioniert das erste Mal nicht und du traust schon wieder am Radl. Ja, weil die... 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 Das ist sehr wichtig.